Die BA 550 ist die mobile Lösung zur Abgasuntersuchung. Die BA 550 Benzin besteht aus dem Viergastester BA 060 und dem Drehzahl- und Temperaturmessmodul BA 030. Als optionales Zubehör dient das KTS 515 zum Auslesen der OBD-Schnittstelle. So führen Sie eine effiziente und akkurate Abgasuntersuchung mit der BA 550 Benzin durch. Das mobile Messgerät kann dort platziert werden, wo Sie es benötigen. Die BA-Software läuft auf einem Bosch DCU 220 oder einem werkstatteigenen PC. Starten Sie die Software und führen Sie die Fahrzeugidentifikation durch. Damit werden die Sollmesswerte richtig zugeordnet. Ist das Fahrzeug erkannt, finden Sie eine Anleitung, wo der OBD-Stecker verbaut ist. Schließen Sie jetzt den KTS 515 an die OBD-Steckdose an. Das Gerät verbindet sich automatisch per Bluetooth mit dem Werkstatt-PC, um die Messdaten zu übertragen. Zur Info. An Fahrzeugen, die nicht nach OBD geprüft werden, werden Drehzahl und Temperatur durch BA 030 erfasst. Über die BA-Software können Sie nun die Untersuchung starten. Überprüfen Sie die MIL- und die Readiness-Codes sowie die Sollwerte aus der Fahrzeugdatenbank. Jetzt überprüfen wir die Drehzahl. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz und geben Sie Gas. Sie sehen nun, wie die Temperatur steigt, bis der Motor warm ist. Dann führen Sie die Sonde der BA 060 in den Auspuff ein. Es gibt verschiedene Varianten in verschiedener Länge, temperaturfeste Sonden oder beheizte Schläuche für LKWs. Setzen Sie sich erneut mit dem PC auf den Fahrersitz und folgen Sie den Anleitungen der BA-Software. Halten Sie die Drehzahl im vorgegebenen Bereich. Die BA-Software misst die Werte und ermittelt das Ergebnis. Das AU-Protokoll wird automatisch gespeichert und kann direkt ausgedruckt werden. Für eine Abgasuntersuchung an Dieselfahrzeugen gemäß Leitfaden 5.01 verwenden Sie statt der BA 060 die akkubetriebene BA 070. Die BA 550 steht für eine zukunftsweisende, flexible und intuitive Abgasmessung. Ob Benzin, Gas- oder Dieselfahrzeuge. Gepaart mit dem Service von Bosch eine unschlagbare Kombination. . . Untertitelung des ZDF, 2020